Landwirt Praxistipp Herzlich willkommen zum Landwirt Praxistipp. Jeder Landwirt weiß, Klauenpflege ist wichtig. Klauenpflege ist eine Tätigkeit, die oftmals hinausgezögert wird. Grund dafür ist der oft vorprogrammierte Stress, der beim Treiben in und aus dem Klauenpflegestand entsteht. Neben mir steht Franz Gsölz. Er ist geprüfter Klauenpfleger und wird uns heute zeigen, wie es möglich ist, die Klauen der Tiere stressfrei zu schneiden. Herr Gsölz, warum ist es eigentlich wichtig, die Klauen der Tiere regelmäßig zu pflegen? Der altbekannte Spruch, die Klaue trägt die Milch, kennt jeder Bauer. Aber dadurch, dass es Stress macht, die Kuh in den Klauenpflegestand zu bringen, dafür scheut jeder Bauer und schiebt die Arbeit so weit, als möglich nach hinten. In Wirklichkeit entstehen aber große finanzielle Einbußen durch lahme Tiere, durch kranke Tiere, die die Milchleistung nicht bringen, bis hin zu Fruchtbarkeitsproblemen und Leistungsverlust, allgemein auch im Körpergewicht. Da sind gleich ein paar hundert Euro verloren. Und wann ist der beste Zeitpunkt für die Klauenpflege? Da gibt es zwei Lehrmeinungen, die auch beide richtig sind. Die eine ist zweimal im Jahr, das macht man da mit dem Klauenpfleger. Wenn man individuell zu Hause selbst schneidet, da ist es günstig hundert Tage nach der Abkalbung und vor dem Trockenstellen. Da ist die Kuh erst einmal über der ersten Stressphase der Geburt, ist auch schon wieder belegt und kann weiterhin noch gut ihre Leistung geben. Und vor dem Trockenstellen, da bereitet sich die Kuh auf die nächste Laktation vor mit gesunden Füßen. Wie bereite ich mich als Landwirt darauf vor, wenn der Klauenpfleger kommt? Aktive Unterstützung, das ist einerseits da zu sein und mitzuhelfen bei der Arbeit und das nächste ist einfach, Vorrichtungen zu schaffen. Vorrichtungen in Form von Weidepanelen, wo man Bereiche abtrennt oder wie es wir heute mithaben, mit unserer Ausrüstung einen Gang aufzustellen, in dem die Tiere zügig zum Klauenpflegestand nachgebracht werden können. Und wo baue ich den Klauenpflegestand am besten auf? Wir arbeiten im Stall, im Wohnzimmer der Kuh und da versuchen wir eben Bereiche zu schaffen. Einen Wartebereich, einen kleinen, wo vier bis fünf Tiere Platz haben. Dann einen, nennt es Staubereich, wo die Tiere in Linie hintereinander stehen und warten auf die Arbeit. Und für den Bauern ist es auch noch wichtig, dass er versucht, zwei Bereiche zu schaffen. Die eine ist eben die ungeschnittenen und die fertigen, die hier in den Liegebereich kommen. Und damit gibt es keine Vermischung und es geht recht zügig ab. Im Anbindestall habe ich ja keine Laufgänge. Wo baue ich den Klauenpflegestand dort am besten auf? Da müssen wir dann natürlich vorn draußen arbeiten. Aber auch hier gibt es einfache Hilfen. Wir machen das häufig so, dass wir im Stall mit Paneele einen Eck abtrennen, wo wir die Kühe ohne Strick, ohne Anfassen hinbringen können. Meistens zwei, drei zusammen. Die gehen zu dritt im Lieber. Und aus diesem kleinen Bereich kommen sie wieder in unseren Wartebereich, wieder in unseren Gang, wo sie stauen, wo sie nie angefasst werden, sich beruhigen können und dann geht das Tor auf. Und es ist genauso einfach und schnell erreichbar im Anbindestall. Sie haben zuvor erwähnt, dass die aktive Mithilfe des Bauern wichtig ist. Was soll der Bauer genau tun? Die Klauenpflegearbeit machen wir. Der Bauer ist zuständig für das Nachtreiben der Tiere, dass immer eine Kuh schon parat steht im Wartebereich. Durch diese Gitter, durch diese Vorkehrungen ist es auch leicht möglich, zügig, sagen wir mal, alle fünf Minuten eine Kuh parat zu haben. Sie arbeiten auch mit den Low-Stress-Dockmanship-Prinzipien. Welche Tipps können Sie Bauern geben, um die Kühe stressfreier in den Klauenpflegestand zu treiben? Das Gleiche wie bei der täglichen Arbeit. Ruhig bleiben, konzentriert. Kühe mögen es nicht, weil man mit den Händen um- und umfuchtelt und noch einen langen Stecken hat. Es muss ruhig abgehen. Trotz der schnellen Arbeit, die wir leisten, kann es ruhig abgehen, wenn der Bauer sich weiterhin ruhig verhält. Lautes Reden, Anbrüllen der Kühe, weil sie nicht gehen, führt genau zum Gegenteil. Die Kühe werden noch mehr nervös, stressig und dann wird es schwierig. Vielen Dank, Herr Gzölz, für die interessanten Tipps. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Ausgabe 1, 2016 im Landwirt. Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich eine stressfreie Klauenpflege.